Hallöchen ihr alle Zuschauer hier auf dem Kanal Rahmschnitzelzeug. Willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar auf dem Kanal ist ja doch eher weniger passiert die letzten Monate und Jahre. Das liegt nicht daran, dass ich keine Lust habe, sondern dass ich einfach so selten dazu komme irgendwas zu machen, mir irgendwas auszudenken in musikalischer Form und sowas. Auf diesem Kanal soll allerdings in nächster Zeit etwas mehr kommen in Zukunft, was allerdings nicht unbedingt das ist, was bisher auch hier vorhanden war. Es wird weiterhin Musik geben, Animationen wahrscheinlich selten bis gar nicht, also alles im Prinzip in gewohnter Regelmäßigkeit oder Unregelmäßigkeit. Aber ich habe letztens halt ein Video auf meinem Let's Play Kanal hinzugefügt, was mal etwas anderes war, wo ich halt mal unterwegs war und einfach mal meine Kamera mitgeschwungen habe und da ein kleines Video draus geschnibbelt habe. So Real Life Zeug halt, was nichts mit Gaming zu tun hat und weil es eben nichts mit Gaming zu tun hat, möchte ich das eigentlich auch ungerne auf dem Kanal drauf haben, der halt für Gaming gedacht ist. Also für Rahmschnitts LP, da möchte ich solche Sachen eigentlich nicht drauf haben, weil falls sich jemand nur für solche Sachen interessiert, die Real Life sind oder halt Musik sind oder halt, sagen wir es mal so, nichts mit Gaming zu tun haben, der soll dann keinen Let's Play Kanal abonnieren, wo ihn dann am Ende ein Prozent der Videos nur interessieren. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich möchte das gerne öfter machen, so filmen, Sachen unterwegs sein, irgendwelche Sachen filmen, irgendwelche Sachen vielleicht auch mal von zu Hause aus machen, an irgendwelche Vlogs, nicht unbedingt, aber dass man halt so ein bisschen mehr Real Life echtes gefilmtes Zeug hat und das soll halt nicht auf dem Let's Play Kanal landen, sondern soll auf einem anderen Kanal landen. Dachte ich mir erst, ja, erstellst du vielleicht noch einen weiteren Kanal, habe ich mir aber gedacht, nee, das ist mir zu umständlich. Dann habe ich noch einen dritten Kanal dazu. Außerdem habe ich diesen Zeug Kanal schon und Zeug ist thematisch so allgemein gefasst, dass auch Real Life Geschichten, gefilmte Sachen wie hier, da durchaus machbar sind. Deswegen, falls jemand das überhaupt nicht leiden kann, so Zeug, dann darf er einfach gerne die abonnieren hier. Das ist der schnellste und einfachste Weg, da nicht von informiert zu werden. Ansonsten, die anderen seien da vorgewarnt, dass solche Geschichten wie hier jetzt auch öfter mal hier kommen werden. Auch das wieder höchst unregelmäßig, höchst selten vielleicht. Ich weiß noch nicht, wie viel ich da mache, muss ich mal gucken, weil es halt, man macht es dann, wenn eine Gelegenheit ist oder wenn einem irgendwas auf dem Herzen liegt, man irgendwas erzählen will, man mal mit Kamera was, vielleicht auch nichts mit Gaming zu tun hat, dann soll das hier passieren. Muss ich einfach mal schauen. Ihr könnt gespannt sein, vielleicht auch nicht. Falls ihr nicht gespannt seid, dann, wie gesagt, ihr braucht dem Ganzen hier nicht folgen. Alle anderen sind natürlich gerne und herzlich eingeladen dazu. Ja, das Hamburg-Video, was auf dem Let's Play-Kanal schon war, das lade ich hier auch nochmal hoch. Das seht ihr hier gerade auch. Das kennt ihr jetzt schon das Bild von oder ihr kennt es schon vom Let's Play-Kanal. Ich brauchte also im Prinzip nicht mehr anschauen, das hat sich nichts geändert. Wer das noch nicht gesehen hat, darf das natürlich gerne tun und sich auf zukünftige dieser Projekte freuen. Tja, vielen Dank an dieser Stelle und bis demnächst. Entweder hier oder bei den Let's Plays oder im Livestream. Ist ja auch schön. Tschüss.